Hey, was machst du da? Ich stütze mir die Schamhaare. Sieht jetzt aus wie ein Bonsai-Bäumchen. Ist das einfach meine Schere? Mit der kürze ich mir die Nasenhaare! Ach du Scheiße, seit Monaten schneide ich mal mit dem Ding die Haare am Arsch. Selten saß mir so ein herausragender Bewerber gegenüber wie sie. Kuma, nein, du störst gern ein bisschen. Wenn Kuma, der Inder aus Party Animals... Darauf kannst du einen lassen, in spätestens zwei Stunden haben wir unser Hirn weggekifft. Und Harold, der Asiate aus American Pie, sich eine Wohnung teilen, geht die Party richtig ab. Denn sie sind immer auf der Suche nach... Schwingt die Gräten, White Castle ruft. Ich bleib hier kleben, denn gleich legt Jelo ihre Titten frei. Partys Könnt ihr Juden nicht mal an was anderes denken? Hätten unsere Weiber so einen Arsch, bräuchten wir keine Klagemauer. Scheiße, hab mein Handy liegen lassen. Ist der etwa nochmal zurück? Nein, ist viel zu weit. Mädels Der Ritzschweiber schaut den Wuschis, die nur darauf warten, von uns bedient zu werden. Aber gern! Noch mehr Mädels Oh, hallo, Boys! Schicken wir gleich oder wollen wir erst reden? Oder? Ihr müsst mich gleichzeitig nehmen. Von vorne hin? Dann stoßen ja deine Glocken an meine Glocken. Was treibt ihr da mit meiner Frau? Sie sagten doch, wir dürfen über die Mutti rüber. Abel? Wie wär's mit dem Vier? Wieso pinkeln Sie hier und nicht an dem Bursch da oder dort? Ist das dein Bursch? Ist das etwa ein ganz besonderer Lieblingsbursch? Aber ich dachte nur, dass ich... Sie ist etwa ein Bursch? Ja, ich bin mit der Glocken. Ja, ich bin mit dem Vier. 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 Vielen Dank.